Mit Gage Hecht, er spricht das Hecht aus wie ein Hecht, in Falkenburg, neunter Platz, ist das was du erwartet hast? Nein, nicht überhaupt. Ich bin in den Top 15 ein paar Mal in diesem Jahr, das ist ein großes Ziel meiner Meinung ist, in diesem Raum zu sein. Und ich denke, dieses Top 10 hat ein großer, großer, großer Jump in das. Ich bin sehr begeistert, wie gut es heute ging. Wie war das Geräusch? Es ist unglaublich, ich liebe die Spektatoren hier, sie sind so laut, es ist ziemlich cool, ich liebe die Spirite, die in das. Ja, es ist überall. Oh, ja, es ist ziemlich cool. Die US hat viele Spektatoren, das ist cool zu sehen, es wird größer und größer, aber es ist nichts als das. Es ist unglaublich. Wie fühlt es sich, um die Schlussfolgerung zu gehen? Es fühlt sich unglaublich, ich meine, mit der Hälfte der Kurs ist, das ist ein Relief, einfach, weil man weiß, dass man nicht alle Hälfte wieder aufhören muss. Aber es war einfach unglaublich. Es war ziemlich cool. Ja, erzähl uns etwas über dein Bike, du hast eine ziemlich cool Titanium-Bike von Mootz. Ja, so Mootz bilde sie alle um vier Stunden weg, und Steambatt Springs, das ist um vier Stunden weg von wo ich lebe, alle Handbelten in Colorado. Sie machen einen tollen Job in wirklich zu machen, diese Maschinen ein tolles Werkzeug für uns. Sie sind super durcheinander, sie sind ziemlich light und auch sehr leid. Sie machen einen tollen Job in den DT Swiss Reams, Chris King Bearings ist da, und sie decken die Headset mit Pan Am Colors für die Victory dieses Jahr, das ist ziemlich cool. Es ist ein ziemlich süßes Bike, das sie haben. Kannst du es in der Kamera halten? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich werde noch ein bisschen Bart sitzen da. Vielen Dank, Gage. Ja, natürlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Du findest es auf der Internet oder auf YouTube. Vielen Dank. Sind Sie aus Deutschland? Ja. Ja. Für Frankfurt? Ja. Für Frankfurt. Für Frankfurt. Für Frankfurt ist ein F-Fahr. Okay. Für Falkenburg. Lilj Rossi. The Mosel. Thearı River Mosel. Very nice river. Yeah. Is that the one that flows down here? Well, cool. Cool, cool. Well, thank you guys. Alrighty, bye. Have a good one. 18.